Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Eder Mord und er sicher ist der Aro mir nicht da dafür steht der Wulfgar mit Oh Gott, Oh Gott Hi Wulfgar, Hi Wulfgar Hallo und Dielchen macht nicht mal breit Ich geb den gleich mal breitchen erstmal weg sich hier zu schwarz Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott jetzt geht es nicht los, ist es ja wohl in diesem Leben, wir haben alle die Völker, weil ich hier nicht und was er sagt, ein bisschen offen Ihr werdet sterben, wenn ich hier nicht verleicht werden, duster Wald Und wie ihr seht Mit Fenster offen Ja, mit Fenster offen Wo ich hier so leckeres Kuchengebäck grubeligen Ich will das Essen Wer dabei schwarzen, lautstark Boah, ich bin ja ungeschlagen Erster beim Laden Ich glaube, das Laden dauert heute am längsten Ja, ihr seht, es ist schwer, schwer und mittel Weil wir so dummig sind, aber Wolfgang, mich wahrscheinlich im Alleingang platt machen Beim Nebelberge, das war wieder aus der Reihe Ich falle nicht aus der Reihe, ich nehme ein ehrliches Volk, ja Ach gut, ich habe ja düsterweil, jetzt kann ich ja meine düsterweil noch nie, meine Helfer dort Warum nicht damit argumentieren, dass Nebelberge mal mit den Zwergen verbindet war? Wirklich? Es gibt also böse Zwergenvölker Ähh, Lothlogen Da sind ja auch Ostenseiter gleichzeitig So, das wird gleich noch ein Gast hier Der wird dann so hoch Ach so, der wird dann den Popcorn essen und dann zu kurz wie du es immer machst wo soll wir bauen du kommst rein, nehmt mich und isst Popcorn guckst mir zu genau, ich esse auch immer so viel Popcorn bei dir, Wester Popcorn Popcorn Poppelcorn es ist das Poppelcorn komm zu fassen komm zu fassen komm zu fassen, Scheiße oh okay, Gott, das war gerade übertrieben die Kaserne ist fertig das Gebäude ist fertig wir müssen uns erst die Fronten abgesichert werden müssen ja, was? ja, was? weil, du hast eigentlich besser eine mäßige um, wo es 2 Euro so ist der Freude größer und wir so enge Passagen haben also, ähm Speichel und Dich na und, ich hab doch auch enge Passagen ja, da bin ich wieder ich hoffe, man hört jetzt die beiden nicht also, wenn man die beiden hört äh, was denn? hört ihr uns wieder? ja, da weiß ich nicht ihr müsst mir sagen, wenn der jemand hört, ne bei mir hä? was sollen wir bei dir hören? ein Dinosaurier oder was? ja, ein Dinosaurierin oder bei mir äh, was soll ich jetzt machen, Wester, genau? du wolltest aufgeben und heulen wegrennen das ohnehin weil du so böse bist zu mir ja, warum denn nicht? wir haben ein neues Gebäude naaah, mach ich jetzt zöre auf zu stöhnen, ja die stöhnen hier nicht rum das Gebäude ist fertig oh, ne hey wir haben noch viel zu tun so es gibt viel zu tun es ist schön bei den ganzen Höhlen es geht so, wo ein Gosthaus ach, wegen Wurz raus ach, wegen Wurz raus ja, da fahre jetzt ne, fahre jetzt ah, da ist Vorposten Wulf, du bist, äh was bist du, Erebor? ne er wird nur ihn er wird nur, was ist das? er kommt schon, der Feiner ist schon mal Mordor mit Wurzeln doch, spinnen lässt und dort ist Agner mit Wölfen ach, du kacke, komm, die Fall ist ja, was ist hier los ne, das auch ah, ne, da ist auch ein Truppverlager aber hier ist auch bei mir auch bei allem Agner und Wölfen ich bin schon unterwegs boah, die sind letztlich so zugebaut sehr gruselig sind die gegen alle verbündet ja, oder? ja, sie sind alle verbündet scheiße, dann werde ich gleich Probleme bekommen soll ich dir meinen Helden rüberschicken ah, da kommt die Kacke, oh, und das ist ich brauche nur Unterstützung so großartig da unten und rechts das wollte ich grad eigentlich einnehmen ne, ne, so, kaputt machen was du machst du ne Drachenfarm wenn du ne Drachenhöhle und dann kriegst da muss ich am 1. Drachenhöhle ich glaube, muss zuerst die Drachenhöhle betrachten Höhle das Wort kommt gar nicht mehr ich glaube, aber muss erst Drachenhöhle dafür machen die Drachenhöhle zu bekommen das stand bei irgendwo ich hab's jetzt wird mehr als ich glaube, das geht aber so los los verdichtet bei der Geil-Orts tötet die Spitze ich hab auf Aufnahme hoff gut gut ha hu sch schade los sich an sich schätzt ich dich fest umarmen das ist der Feind das eh wer will meine Helden haben Das ist schon Angriff, was die da machen. Nein, ich bin jetzt da der Obert, mehr nicht. Das Gebäude ist fertig. Ich hab das nicht der Obert, ich hab das... Wir ziehen an eurer Seite in diesem Krieg. Was haben wir denn... Ach, Isgard hat sich das schon gezeigt. Wie der Wind. Kann sein. Isgard hat sich das schon gar nicht gezeigt. Doch, und wir. Einfach da hören, was mit dir ist. Wir haben noch viel zu tun. Uh. Ey, du Boss bist zu mir. Ja. Es war eine Frau um die Beschwerden. Bis zu mir, ich bin schon unterwegs. Du bist schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Du bist hier. Ja. So, ich war das. Du schaffst das. Hui. Ich hab' gerade so etwas der Garten, ich hab' da. 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 Was. Ich hab' da. Ich hab' da. Ich hab' da. Das wissen. Ich hab' da. Ich hab' da. Ja, ich hab' da. er hat oder war die Idee der Drehküche typen auch Kohle die Krone kommen ich brauche aber Kohle 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 die Konflikte durch ich sehe es doch Kohle Kohle ich bin bei ihr einmal das Lager habt das Gefühl der ersten das war der Ort oder das ist er der Lappen Boah ist er für eine ganze Einheit die Schwärbe zu wohl wo sind meine Helden ich hab die auf Anrufe angeschickt Spinn nehmt euch in Acht äh Leute da sammelt sich irgendwas bei mir auch das ist das ist das Speer und sonst nur Bullse Wölfe und Org-Boh-Boh-Schlüssel und dann links stehen noch Schmerträger das ist nischt das ist nischt unsere Stadt wird größer unser Mut ist ungebrochen so hab ich dich jetzt gedisst boah Hilfe dass ich voll gedisst ey jetzt muss ich gleich wein aber wenn ich dich das ja oh ich bin mir doch ok Steiler weiter zu bezweiten von den also freundlich das böse kommt über uns auch qualität die weg alle der zeit halten doch meine fähigkeit ein auch nicht mehr einsetzen kann er nicht kann er ist eine Gala drin wie nicht mehr wir müssen wir das mit der Kaffee zu Not wenn er der Feind nahe kommen musste die Nahkampf schicken so reiht ich meine Hälter eine große Dunkelheit unser Fahrzeuger der D-Berge Brutal Träger hätten wir wollen erst mal auf sicher hier spielen ist dabei nach letzten Mal haben wir doch das letzte einig mal alt aus sicherheit erwarten müssen gucken dass sie nicht mehr auf jeden Fall die Wörter trotzdem in Gang kommen der D-B-Müster das war bald Held oder so wo gut wurde aber ich so Wir sind Stufe 3 weiter. Unsere Feinde kommen über uns! Eigentlich meinte ich ja... Was ist er denn? Hey du musst mal nachkampf! Ach du musst nachkampf werden! Okay, 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 ich mach ja schon. Ich hab noch nicht so, dass ich so nah dran bin. Wir müssen die Wälder schützen! Wir benden nach euch. Wie deine... Ha ha ha, verreckt gerade. Das solltet ihr mal erschicken oder? Ja. Nein! Na gut, Tag, jetzt muss ich mal hier bei der Kämpfer aus. Was ist das? Der bauter Rohstoffgebäude? Jetzt gibt es aber die Fräse hier. Okay, jetzt gibt's da noch meine... Meine anderen Galaterinnen. Ich war jetzt noch Rumi tot. Oh, meine Pulder. Los! Kommt jetzt wieder. Ja, ich kann vielleicht noch ein Bataillon aus retten. Ja, ich hab noch was gerettet. Loll, was kommt da an, mein Wolfgar? Ach, bei mir. Wollen Sie offen bitte was zu machen? Seid bereit, Elben! Ich halte mal den Abschluss auf. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, was kommt da an, mein Wolfgar? Was kommt da noch Wulfgar bei mir lang? Was kommt da noch Wulfgar bei mir lang? Ich kenne mich nicht nur gegen so ein paar Orks schlechter. Besonders! Nein, was invent im modernen Zug. Mir겐 hier, Wolfgar. Wir haben unsere Wstyle, da. groß bei uns obwohl die will eilig mal sowohl gar nicht die möglichen werden und die türke durch die Troll das Speer Ah, Gorkle ist da. Armbrust fixen. Gorkle ist jetzt da, der kämpft jetzt ein bisschen mit. Wo ist Bolk? Bolk müsste auch gleich da sein. Oh, das ist doch ein Troll! Ey, seid ihr Deppards? Feuer! Die Schlacht hat begonnen! Ja, die Schlacht hat jetzt endlich mal begonnen. Endlich mal? Oder leider. Jetzt kriegt man mehr Einheiten für uns. Das ist ja gar nicht angekündigt. Ich kämpf, ich zerstör die gerade Rohstoffgebäude. Wow. Alter, wie ist der Troll, dass du da gekommen? Haltet das Gleichgewicht! Sie attackieren unseren Rohstoffe! Weil er jetzt nur weg... Was ist denn? Na komm! Ey, der eine Nebentür von rechts, müsst ihr mal gucken. Da kommt immer was dort, obwohl ihr da seid. Komisch. Wo sollen wir bei uns? Da, 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 da. 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 Ja, ich hab die einen wieder zur Ruhe geschlagen. Wenn die da war. Was gut, gut. Da, aber die greifen jetzt von hinten an. Ach, wir machen das jetzt hier. Kämpf bis in den Tod, Elfen! Haltet sie in Schach! Da hat eine schöne Reichweite, muss ich sagen. Greif weiter an, nicht scheitern! Die greifen an mein Tor an, von der einen Seite. Ja, wir müssen doch ganz schön. Hart dran genommen. Jetzt eben! Greif an! Hart dran genommen. Ich bin leider meine ganzen Galadrim tot. Soll ich lieber Lungenbogenschutz machen, statt Galadrim, oder wie? Scheiße, schon voll von Orks. Was? Das macht ganz schlecht, der auch, Mann. Der Feind kommt über uns! Mögen eure Seelen stark sein! Wow! Der wird nicht hier gewesen. Der wird nicht hier gewesen. Ach du Kacke! Eindringlinge! Sie werden diesen Ort nicht länger besudeln! Was denn? Es ist ein Fisch! Ich bin hier, der andere. Ich bin, ich habe mich aber nicht sehr angestet, ich bin, ich bin ganz schnell hier. Ich bin, ich bin mit 16. Ich bin mit 16. Scham! Ich bin mit 16. Wir müssen uns ausprobieren! Wir müssen meine die Preise abgedacht, ich bin von der Mann, ich bin mit 15. Dieázium geht nicht. Wir müssen nicht aufgerufen, muss aber weglaufen ja 2 3